Y'all don't really worry like, oh yeah, here comes the, oh yeah, here comes the, oh yeah, here comes the, y'all don't really worry like, oh yeah, here comes the, oh yeah, here comes the, y'all don't really worry like, oh yeah. Moin Leute, was geht? Willkommen zu einem neuen Patchnote-Video vom 18.06. Da will man mal gerade um 20 Uhr den Abend ausklingen lassen bei der ekelhaften Hits und dann hauen die mal einen Patch raus. Und das ist fast nicht fassbar. Aktuell sind der, also zum Stand 18.06.20 Uhr ist der Patch nur für den PC da. Ganz wichtig, auf Konsole seht ihr, 15 ist immer noch das Aktuellste. Für den PC sind wir schon beim 18. Es heißt aber, dass dieser Patch trotzdem irgendwann für die Konsole kommen wird. Ich weiß nicht wann, kann zwei, drei Wochen dauern, kann morgen sein, ist nicht so ganz klar. Aber es sind sehr, sehr coole Patchnotes. Deswegen würde ich sagen, Leute, ich fange mal an, euch hier vorzulesen. Wir gehen gewisse Punkte zusammen durch. Und wie gesagt, die Konsolenspieler können ja trotzdem dranbleiben, weil sie bekommen das ja demnächst und können sich vielleicht, also ich kann manche Sachen sogar ausnutzen. Wir gehen das Ganze auf jeden Fall mal gerade durch. Also, mehrere Tekken-Kramme, Replikator, Teleporter, Droh, Kraftfeld, Text-Douchboxen, Rüstung, Gewehr, Turm, Generator wurden zum Bosskampf und die Ends 2 hinzugefügt. Das heißt im Prinzip, dass wenn ihr den Boss macht, schaltet ihr den Krammer auf der Karte frei. Das Soversale fällt nicht mehr in Zero-G, Boost ist immer aktiv. Ich glaube, Zero-G muss im Prinzip ein Modus sein, dann fällt das so gesehen nicht mehr runter, dass der Boost immer aktiv ist. Jetzt kommt eine Sache, Leute, die finde ich fast am coolsten. Netzmunition, die in einem Harpunenwerfer geladen ist, kann jetzt unter Wasser verwendet werden. Das heißt, ihr könnt jetzt auch Haie und sowas mit dieser Netzprojektilen festhalten. Ich finde das Ding mega geil. Ich liebe diese Netzprojektile. Dann haben wir hier, Mentes akzeptiert jetzt einen Nashörner zum Zähmen, also Nashornhörner, so zum Zähmen, mit einer geringeren Effektivität als Dev-Formhörner. Das heißt, da ihr auf Genesis, glaube ich, keine Dev-Würmer habt oder sehr selten, glaube ich, ich bin mir gar nicht so sicher gerade, könnt ihr aber trotzdem die mit Nashornhörner zähmen. Finde ich cool, dass sie das auf jeden Fall reingepatcht haben. Nochlids können sich nicht mehr an Babys binden. Okay, das ist ja auch ein bisschen krass. Es wurde ein Fehler behoben, bei dem Void-Würmen nach der Zähmung keine Bonusstufen erhielt. Einige FEX- und SEX-Fehler mit leeren Würmen behoben, einige FEX- und SEX-Fehler mit den Strider behoben. Ich glaube, das hat was mit Grafik zu tun, bin mir jetzt aber gar nicht sicher. Wenn jemand das weiß, was es ist, schreibt das bitte in die Kommentare. Einige Fehler mit dem Strider behoben, dass die Übertragung von Gegenständen in und aus dem Text-Souch-Box sowie den Zugriff auf einige Aspekte seines Rads, also das Rad, betrafen. Also da wurde ein bisschen was behoben, schon mal sehr cool. Es wurde ein Fehler behoben, durch den Spieler irrtümliche Anhänger von ihren Stridern entfernen konnten. Oh, okay, sehr krasser Fehler. Es wurde ein Fehler behoben, bei dem die Themeffektivität von Stridern von 100% auf 0% sank. Okay, sowas sollte auf jeden Fall immer gefixt werden. Striders sollen nicht mehr auf die globale Plattform-Strukturen-Limit angerechnet werden. Okay, krass, dass es vorher so war, auf jeden Fall. Die Kulanzfrist von Strider-Hacking wurde verlängert, um Server mit niedriger Framerate zu kompensieren. Das heißt, im Prinzip jetzt mehr Zeit, euren Strider zu tamen. Schreibt mir jetzt hier um die Uhrzeit. Eieieieie. Einige visuelle Probleme mit bestimmten Gegenständen auf dem Loadout-Manneken behoben. Schaden durch Tech-Sprengpfeil um 25% verringert. Schade, ich fand ihn eigentlich ganz cool. Die Projektilgeschwindigkeit des Tech-Explosives-Pfeils wurde um 33% verringert. Okay. Es ist krass, Sprengpfeil auf jeden Fall fliegt langsamer, macht weniger Damage. Jetzt kommt das Nächste, was ich ein bisschen schade finde. Die Projektilgeschwindigkeit, nee hier, der Schaden vom Astrodelphys-Laser wurde um 33% verringert. Die haben schon den Nahkampfschaden zerstört. Jetzt zerstören sie auch noch den Laser. Die Projektilgeschwindigkeit des Astrodelphys-Granatbomben wurde um 50% verringert. Obwohl man da mal sagen muss, verringert heißt ja eigentlich dann schneller fliegen. Erhöht wäre ja eigentlich, dass es, nee, verringert der Geschwindigkeit heißt, die fliegen jetzt langsamer, die Bomben vom Astrodelphys, also auch da ein Minus. Astrodelphys-Laserschaden zählen nicht mehr, wenn sie belastet sind. Astrodelphys-Laserschaden zählen nicht mehr, wenn sie belastet sind. Okay, ich weiß nicht genau, was sie damit meinen. Die Übersetzung ist, glaube ich, da ein bisschen Crap. Wenn ihr wisst, was ist, schreibt sie da einfach mal in die Kommentare. Es wurde ein Fehler behoben, bei dem du die Astrodelphys-Zielsuch-Rakete-Fahrer immer noch Schaden zufügte, obwohl sie auf die Kreatur zielte. Okay. Hinweis, wir planen weiterhin den Astrodelphys-Balance zu Inti was interieren. Also sie versuchen, ihn weiterhin ein bisschen besser einzubalancen, den Astrodelphys. Da spielen sie gerade ein bisschen rum. Warum? Ja, ich hoffe, er wird am Ende nicht zerstört. Mehr Reservo- und Talentstörungen mit Abstürzen behoben. Einige Fälle wurden behoben, in denen die Kreaturen die bewusstlose Animation nicht richtig abspielten, wenn sie von ihrem Netzmunition erschossen wurden. Also im Prinzip, wenn ihr draufgeschossen habt, waren sie nicht immer direkt in dieser bewusstlose Animation. So, dann Fehler behoben, bei dem die Ressourcen des Weltraum-Asteroiden bei Übergang nicht respawnen. Okay, das ist ganz wichtig, dass beim Übergang der Welten, so gesehen, wenn das Lunar wechselt, die Ressourcen wechseln. Wird ein Fehler behoben, bei dem die Mission Genesis 1-Arrived-Protokoll nicht startete. Okay. Okay. Okay, da haben sie ein bisschen was rausgenommen aus der Missionsbeute und aus den Vorratskisten. Mal gespannt, was da alles rausgeflogen ist. Einige Mission-Ziel-Texte und Genesis 2 aktualisiert. Einige Beschreibungstexte für Gegenstände und Genesis 2 aktualisiert. Es wurde ein Fall behoben, bei dem der Helena die Note, Note, was? Ah, es wurde ein Fall behoben, bei dem HLNA-Noten beim Reiten nicht abgespielt wurden. Ach so, wenn ihr über die Note gelaufen seid, wurde sie nicht abgespielt. So, Leute, es sind auf jeden Fall einige Fixes drin. Ich für mich persönlich finde immer noch, dass das Netzprojekt unter Wasser das Beste ist, was sie gemacht haben. Der Rest, ja, ist schon ganz cool. Schreibt mal in die Kommentare, wie findet ihr die Patch-Notes? Freut ihr euch drauf? Habt ihr keinen Bock drauf? Würde mich gerne interessieren. Wir sehen uns. Bis dann. Ciao. Ich weiß, das war's, aber bleib beim Start. Zocken wir noch eine Runde Survival-Arc oder schau dir an, was meine Timeline sagt. Erklären Updates und News leicht und smart. Haben zu jedem Problem mein Guide parat. Wenn's dir gefällt, wär ein Abo und ein Like echt stark.